einen wunderschönen tag wünsche ich euch das letzte mal wurden wir beim intro ziemlich krass rausgerissen und auch das spiel ist dann abgestürzt irgendwann später und wir können nicht mehr weitermachen wir sind ja in der alten welt ist einiges abgefackelt das wahrscheinlich der grund dafür das ist jetzt meine super da habe ich noch keine feuerwehr gebaut das soll mir eine leere sein ein bisschen bitter aber es ist es halt diesmal könnte ich also auch nicht direkt rein hier fehlt vier fälle verdammt zwei können wir noch raus haben ja fluffy town bedroht das aufzubauen zahlt sich nicht aus weil wir haben daneben genau noch ein bisschen an feuer ich glaube dieser gesamte bereich wird ja abbauen zum abrennen zum glück haben wir die kohle dieses mal also in den nächsten anderthalb stunden gibt es eine extreme hallo shop eine extreme ausbreitung natürlich hier ein bisschen zurückzunehmen und schauen ob mir läuft passt nicht sind das update meine ganze sound einstellungen zerfetzt hat fast also hier gibt es gleich vollgas ihr könnt auch ein bisschen schneller ich hoffe ich sag's dir wie gesagt das letzte mal hat es uns da rausgerissen in 44 sekunden hau ich die zweite feuerwehr raus wird hier in diesem bereich noch ein bisschen brennen und dann haben wir auch die expedition hier unten bekommen ein neues attraktivitätslevel direkt dann abgefackelt alles das ist perfekt habe auch mit der expedition habe ich gemerkt weiß man natürlich nicht von beginn an wird sich dann zukünftig bessern ja lasst ihr noch mehr warum sich beeilen oder es laufen ja eh nur alle rum direkt hier das ist unheiliger wollen wir uns gar nicht mehr weiter ansehen das machen wir dann nach oben nachdem hier der brand unter kontrolle ist das ganz wichtig ist jetzt einmal hier die expedition ne ich hab da ja extra ganz viel holz mit reingefallen ja ich hab schon ziemlich was aufgefallen aber ich hab da einen fehler gemacht ich hab nämlich ein problem gemacht ich hab ganz viel holz mit reingefallen weil ich dachte weil ich dachte man braucht ganz viel holz um dann hafen zu bauen und dann die holzwirtschaft anzukommen etc bullshit hier hätte ich goodies mit reinpacken sollen ich hätte die geilsten wurst Produkte mit reinpacken sollen das edelste brot vom güldensten weizen schnaps gebrannt aus ja aus kartoffeln jetzt nicht unbedingt aber wenn man Wodka aus Getreide reinpacken soll und wie gesagt dem güldigsten Getreide und dem herrlichsten Kristallseen oder Wasser aus Quellen in den Bergen dann wäre das was gewesen aber ich hab 100 Holz reingefallen ich dachte ich brauch das zum aufbauen jetzt bin ich natürlich so weit dass ich da ein bisschen was handeln müsste und das was ich mit dabei hab das ist halt nur Holz ganz genau mein Freund mein guter Seemann-Freund der hier mit einer rollenden Ehre alles ausspricht was ich mir denke eine gute Handel wäre gut gewesen aber tja geht nicht da hier hab ich ich kann es auch gerne mal zeigen seht ihr also die möchte was von mir und je geiler ich sie beschenke desto besser aber das was ich hier mithabe das ist natürlich kompletter Bullshit das interessiert die nicht deswegen äh cancel ich das und ja jetzt kommt nochmal der Bullshit und ich kann hier mal follow the map without help oder ich mach nichts dann verliere ich an ich muss das probieren ja 85% aber die sollten jetzt einfach zurückkommen wenn das okay ist return home das geht nicht also ich muss jetzt zurückschicken und ist scheiße gelaufen Arrrr ganz genau schon naja das ist ja nicht Seemannisch ich hab da nur ein bisschen nachgeäfft naja das Problem ist ich hab einfach die falschen Guts mitgegeben deswegen schick ich das Schiff zurück ich kann es dann nochmal losschicken das ist besser also auf jeden Fall da zuerst mal alles ein bisschen geht nicht weil es fehlt an Güten ja also die baue ich jetzt es ist schade dass ich ja keine Pause machen kann ich muss auch hier einmal kurz ich fische wieder genug ja Clay habe ich über Produktion ich werde jetzt hier noch mehr Clay bauen also diese Ziegelhütten also diese Ziegelhütten damit ich ach komm schon wir brauchen die 25 wir brauchen die 25 will ich noch eine hier hin so Feuerwehr wenn das hier brennt dann gibt es halt auch keine Feuerwehr ist das nächste aber ich will nicht überall Feuerwehren hinbauen hier ist sowieso ganz knapp vermessen mit den Feuerwehren dauert halt ewig lange man sieht es es muss ja nicht hier überall brennen das wäre natürlich was offen was hallo das soll weg was war hier die kommt jetzt zurück sehr gut die hat nichts geschafft so jetzt bin ich gespannt da habe ich jetzt leider nichts auf die reagiert wo ist denn meine mein Schiff ich hoffe die kommt jetzt gleich ich hoffe die kommt jetzt gleich ich hoffe die kommt jetzt gleich ja ich habe es verstanden ich habe es verstanden einsteigen klappt da nichts Hashtag unnötig also ich sollte ja eigentlich eine Fregatte bauen ich kann aber noch keine Fregatte bauen weil mir die Art Artisans fehlen super toll das sagt Clipper Fregatte die könnte ich bauen dann baue ich mal eine Fregatte dann bin ich gespannt also das kann ich bauen und dann haue ich die nochmal raus aber diesmal mit Wurst etc weil sonst kann es ja nicht sein so jetzt aber ganz viele oh wie macht ihr jetzt also ich möchte hier ein bisschen Style reinbringen aber ich will nicht meinen ganzen Platz verschwenden das bedeutet so oh oh shoulda seen her face oh shoulda seen her face so so bis gleich shop so das mein Schiff wieder da man weiss es nicht weiss es komisch aus ha 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 ist der so angepunden oder muss er ach nein der muss nach ganz vorne oder was will ich nicht ist der so angepunden wie gesagt das ist jetzt eher eine Spielerei aber ich glaube das merkt man schon das ist natürlich alles andere als super zum bauen aber ich möchte hier ein bisschen Style reinbringen Drei wall fell on her nothing could be done home at last yes du bist nach zuhause das ist gut ja wir haben nichts gefunden ich habe das verstanden deswegen werden wir dich jetzt nochmal losschicken so der ganze Spass oh was ist denn jetzt la Flagship at your service kein Platz mehr ok mach dann danach also wieder zurück hier der Wasser da mit dem rumspielen das ist ja schön und gut wird hier aber oh come on ja ich habe fast wieder denselben Fehler gemacht Wie gesagt, das braucht ihr ein bisschen schneller, ein bisschen an Häusern, und deswegen wird das auch schneller gemacht. Feuerwehr, Feuerwehr, ja, dann braucht es hier hinten noch eine Feuerstation. Die ist so breit wie zwei Häuser, braucht hier auch noch einen Marktplatz, natürlich nicht so gut, wie wenn ich ihn weiter drin gebaut hätte, aber die Abdeckung ist wichtig. Ja, das war's. Muss ich hier draußen natürlich auch machen, aber zuerst brauche ich ja noch ein paar Hütten hin. Hier pushe ich dann die Rehe, hilft alles nichts. Von oben geht's einfacher, vielleicht nicht schöner. Ja, das braucht man ja nicht. Ich sehe keine Einhörner, ja, Einhörner schalte ich erst später frei. Wie gesagt, ich brauche jetzt zuerst mal ganz viel Scheiß. Kann ich die hier schon pushen? Nein, geht noch nicht. Warum nicht? Weil Missing Residence, ja, das kommt noch, das kommt noch. So, hier wird's ein bisschen schöner. Und dann bei euch außenrum wieder die Residence. Ah, hier hin. Hier kommen die extrem reichen. Weil wir die Kohle haben, so einfach ist das. Hier kommen auch noch ein paar Bürger hin. Hier brauchen wir keine. Es ist eine Armuts-Viertel, wie gesagt. Ich weiß nicht, wie ich es nicht so gut sehen kann. Ich weiß nicht, wie ich es nicht so gut sehen kann. Ich weiß nicht, wie es nicht so gut ist. Braucht's noch was, ne? So. Ja, ich lege minimalen Wert auf Style. Nein, falsch. Gefällt nicht jedem. Aber ich finde, hat was. Oh, jetzt wird's schwierig. Die kann man direkt anbauen hier. Chuck, Chuck. Chuck. Chuck, Chuck. Fast. Oh, warte, das ist falsch gelaufen hier. Game save. Ja, game save. Hopp. Das ist wohl nicht viel zu viel Zeit fürs Abreisen. Irgendwann später, also fürs Bauern. Irgendwann später, werden wir auch Multiplayer starten, natürlich nicht mehr in der Beta. Das wird's nicht schaffen. So. Nein. Am Ende wird das dann hoffentlich gut aussehen. So gut, wie ich hoffe, dass es aussieht. Ja, du bist ein Baum zu viel, mein Freund. Sollte dann schon ein bisschen symmetrisch sein. Ah. Hallo, Schleicher. Bricks haben wir ja jetzt genu... Was war es da jetzt wieder los? Bricks haben wir ja jetzt wieder genug. Wir mussten gleich zum Tierpump-publisher. Ja, wie edel. Wie edel. Da kann man hier upgraden. Nein, das geht nicht, weil immer noch Häuser fehlen. Ja, kein Thema. Ich hab das Holz. Wenn ich das Holz nicht mehr habe, dann ist auch kein Problem. Ha, 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 ich will nicht mal die Kürze nehmen. Oh. Hier ist klar, die Küste müssen wir ein bisschen freilassen für mehr Fisch. Habe ich so, das ist Befürchtung. Mehr Fisch ist immer gut. Na gut, hier ist nicht Fisch genug Platz. Einmal kurz hier die... Wo ist jetzt die Zeitung hin? Hier ist nichts gelaufen. Der Assign-Ship. Da, die Endeavor. Weg hier. Jetzt kommen Goods. Jetzt werden Bürste... Nein, nicht von hinten. So. Duffels. Okay, Duffels wird niemand. Fische interessiert auch niemand. Das ist ein geil. Brot. Habt ihr Brot? Was ist wertvoll? Barn. Nein, Barn sind nicht wertvoll. Bier. Bier habe ich nicht viel. Hopfen. Nein, Hopfen interessiert auch niemanden. Schweine. Ganze Schweine. Eine Schweine. Hab keinen Schnaps, Leute. Seife. Seife, Seife. Wollt ihr Seife? Also wenn ich hier... Brot weg... Seife ist doch... Seife ist geil, oder? Ja, Seife wollt ihr. Seife ist Beste. So, jetzt aber. Mit Seife. Start Expedition. Medizin? Ja. Operationen? Ja. Habe ich ein Item? Nein, habe ich keins. Start Expedition. Jetzt will ich was sehen. Während hier meine neue... Aha. Ah, deswegen. Ah, die nehmen hier meine Workpower weg. Schnaps bringt viel Moral. Ja, aber Schnaps muss man haben. Das muss ich eh... Muss ich also... Muss ich schauen. Schnaps ist immer noch Stable bei Null, obwohl ich schon wieder eine Schnapsfabrik gebaut habe. Kartoffels. Also eine Schnapsdistille. Kartoffels sind... Ah, die sind OP nach oben. Dann kann ich noch mehr Schnaps bauen. Ah, das ist... Ah, schön. Hier sind meine Schnapsdistillen. Die sind mir vorher abgefackelt. So ein leichtes Problem. Hier habe ich gerade noch Platz gelassen für eine Mühle und einmal Brot. Das bedeutet, ich kann hier oben meine Schnaps... Habe ich hier nicht schon was angepaucht? Ich glaube, ich habe hier noch Platz für einmal Kartoffeln gelassen. Das bedeutet, ich baue hier unten den Schnaps an. Noch mehr Schnapsdistillen. Warte. Warte. Läuft, oder? Läuft. Er kommt direkt von hinten rein. Immer diese Säufe. Ja, also die Seemänner, da ist ein Missing Potatoes. Ja, die kommen schon. Und näher am Lager geht fast nicht, mein Freund. Schau dir hier nochmal Wachstum rein. So. Game safe. Game safe. Das ist gut. Also hier das reiche Viertel. Das gute Viertel. Hinten noch mehr Farmers Residents, aber diesmal natürlich in Viererblöcken. Kalsch. Was haben wir hier für... Oh, einen Gasogarden. Und hier haben wir eine Memorial-State. Das ist doch echt geil. Da müssen wir jetzt gut schauen. Einen Sprinkröne. Kalsch. Kalsch. Da schaut ihr, was? Hier möchte man wohnen. Was ist das? Eine Hecke. Das mag ich übrigens an diesen Spielen. Man kann hier ziemlich... Nette Dinge bauen. Und sich ein bisschen Zeit nehmen. Der Multiplayer ist natürlich nicht mehr möglich. Aber, wie gesagt, es wird dann erst kommen. Oh nein, nein, stopp. Nein. Erst kommen, wenn das Spiel released ist. Hat man einfach keine Chance, die Leute so auf kurzem Weg zusammenzukriegen. Zumindest nicht wir. Oder ich. Das ist falsch. Das will ich nicht. Oh Gott. Ha! 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 Nehm ich mir hier den Platz näher, oder? Ist alles gut. Up with a Lark this morning I was. Die Statuen kommen natürlich. Warte mal, was habe ich da gemacht? Sieht nicht richtig aus. Das sieht nicht schön aus. Ja, ich glaube man kann nicht alles haben, ne? Da muss man schon noch ein paar Abstriche machen. Hier schnappen wir uns... ...schöne Hecken. Scheine zu fressen. Damit sie sich nicht mit dem Pöbel auseinandersetzen müssen. Klassiker. Klassiker. Ich glaube ich würde uns dann hier in der Recke einkwartieren. Und hopps. So, das läuft noch nicht. Also wenn jemand was sieht, was ich vergessen habe, dann sofort ansagen. Das hier ist bewusst vergessen worden, mal zu Beginn. Das hier nur, ne? Anstatt was gescheites zu machen. Ha, 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 ha! Bist du denn entlassen worden? Bist du zu Hause? Bist du denn entlassen worden? Bist du zu Hause? Ja, das ist ja nicht komplett. Gibt nichts. Gibt nichts. Gibt nichts. Kann ich denn hier? Nein. Zu wenig Residences für das Fork. Also das ist noch gut alles. Feuerwehr werde ich dann hier oben hinklatschen. So, jetzt wird wieder aufgefüllt. Klappt leider nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Also alles schön. Das klappt nicht. Da. Schade, schade, schade. Oh, den habe ich falsch gebaut. Aber ist egal. Ich brauche hier leider ein bisschen mehr. Von allem. Ich bin enttäuscht, dass ich das nicht so hingekriegt habe, wie ich wollte. Warte, das habe ich scheiße gebaut, ja. Da kann man nichts machen. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Genske. Das freut mich. Das freut mich, dass das passt. Missing Residence 1. Echt jetzt? Na ja. Dann haben wir hier immer noch die Möglichkeit, ein bisschen was rauszuhauen, aber nicht viel. Gefällt mir leider gar nicht. Schade. 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 Du bist die Kugel. Nun. Ha, ha, ha. Das blöde Turnip war in der Kugel. Ach, jetzt. Ich bin mit einem Lark am Morgen. Ach. So. Jetzt muss ich doch genügend gemacht haben. Ja, ich weiß, Genske. Ich weiß. Ich weiß. Aber es ist ja nur die Beta. Ich muss schauen, was geht. Dann kann ich dann richtig loslegen. Aber wenn es dann läuft. Das Problem ist, bei solchen Spielen würde ich immer gerne schön bauen. Leider ist das nicht immer möglich. Ich werde einen Haufen Zeug abreißen müssen. Das wird sich leider nicht vermeiden lassen. Aber ich kann immer noch auf eine andere Insel auswandern. Ich kann theoretisch auch noch hier rüber bauen. Das ist kein Problem. Aber ich möchte natürlich nicht überall. Das ist klar. Hm. Das ist ja dazu da, um Fehler zu machen. Hoffe ich mal. Da mal schauen. Hier bin ich. Out of storage. Das bedeutet, ich glaube wir haben nochmal eine kleine Warehouse. Die mir das mitnimmt. So. Done. Dann. Ja, dann baue ich hier natürlich noch eine Mühle rein. Damit werden wir mehr Brot haben. Dann brauche ich mehr Fisch dann gleich. Hier die Mühle. Die war geplant. Das Bäckerei war... Hallo mein Freund. Du warst hier geplant. So. Dann eine Bierbrauerei. Das braucht extrem viel von den Spassfreunden hier. Ja. Die können immer noch nicht aufsteigen. Das verstehe ich jetzt nicht. Hallo Lupus. Kotikus. Missing Residence. Ja. Residence. Das sind doch... Hier. Das ist eine Farmer Residence. Oder? Ja. Ich habe doch extrem viel Farmer Residence. Klamotten nicht komplett erfüllt. Oha. Game saved. Stimmt. Vielen Dank. So. Dann schauen wir mal. Da ist gepusht. Segel etc. wird hergestellt. Wie zu viel Klamottenfilm. Vielen Dank. Da wäre ich jetzt ewig nicht drauf gekommen. Weil ich ein Idiot bin. So. Erledigt. Das sollte mein Problem lösen. Dankeschön Lupus. Verdammt. Ich baue so viele Hütten ab. 5000 Einwohner und dann geht es nicht. Ja. Ist ein geiles. Ich finde das ist wieder gut gemacht. Warum wollte ich hier halt ein bisschen Special machen und habe da alles zugekreisert. Wenn ich das dann wirklich nicht brauche, dann löse ich das wieder auf. Aber hier einmal. Warum habe ich hier nicht schön gebaut. Das nervt mich immer. Ich würde gerne eine wunderbare Metropole bauen. Aber das wird mir halt leider nicht vergönnt sein. Deswegen klatsche ich das jetzt einfach mal voll. Ich möchte einfach... Ich möchte einfach... Mal schauen was die nächste Stufe ist. Ich weiss das ist alles dumm hier. Und auch die Police Station wird es wahrscheinlich nicht hier brauchen. Dabei habe ich die Schule Platz. Die würde ich gerne noch hin bauen. 25 Bricks. Ist egal. Das passt. Dann komme ich hier aussen noch rein. Dann fahre ich hier noch die Police Station. Ist immer besser in der Mitte. Weiss ich auch. Aber ich habe hier schön bauen wollen. Ich hätte die Police Station. Ah ich habe da eh. Die Feuerwehr ist da. Läuft. Dann braucht die Feuerwehr. Ja das ist das Reichenviertel. Äh. Dass du keine Influenz mehr bekommst. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen. Ich blick da noch nicht ganz durch. Weil ich kann hier nichts machen. Momentan. Es geht alles for free. Wahrscheinlich hier in der Beta ist das einfach Standard. Könnte ich mir vorstellen. Aber bin mir nicht sicher warum. Die Südinsel habe ich noch nicht entdeckt. Also. Hätte ich schon. Aber. Ja. Was soll ich sagen. Ich war zu blöd um gute Dinge mit reinzupacken. Die man tauschen kann. Und da ich keinen Schnaps habe. Keinen Schnaps habe ist das eine andere Geschichte. Fische sind aber genug da. Segel. Die Wurst geht zurück. Okay. Wurst muss ich. Uh. Noch eine Schweinefarm. Noch eine Wurst. Brick. Ich glaube ich brauche für das alles die Wirke die ich gerade nicht habe. Ja das ist das Problem. Für die Schweinefarm brauche ich nur. Und dann für. Da. Ich habe doch Schweinefarm freigelassen. Ganz genau. Ich habe noch einmal Schweinefarm freigelassen. Dafür brauche ich Farmer. So. Das habe ich mit eingepflanzt. Aber ich glaube ich habe genügend Leute mal hier. So. Seifen sollten auch genügend sein. Ich brauche jetzt einfach mehr Bürger. Das mache ich danach. Ich kann jetzt alles bauen was Farmer benötigen. Getreide. Da werde ich noch was anbauen. Dafür habe ich hier Platz gelassen. Eine Getreidefarm hier runter. Jetzt haue ich raus. Ja. Bei die möchte ich aber hier links haben. Damit ich hier bei den 144. Ein schönes Weizen in ein Getreidefeld dran kriege. Buh. Ein ganzes noch wird sich nicht spielen. Was ist wenn ich die hier. Ach geh weg. Ich liebe solche kompletten Weizenfeller. Wie gesagt es ist nicht schlau das zu machen. Aber ich finde das einfach geil. Einmal kurz hier. So. Jetzt wird es interessant. Wie viel braucht der noch? 27. Und 4. Ja das Spiel wird echt geil. Wie gesagt ich glaube auch im Multiplayer wird es richtig fun machen das zu spielen. Nein mir fehlen 11. Nein tut mir leid das geht nicht. Einmal kurz hier weg mit dem Spass. Dann schauen wie ich die 11 hier rein kriege. Das ist nur gepasst. Wie normalerweise macht man jetzt das ja nicht so. Das ist klar. Also ich will hier ein bisschen schön bauen in der Beta. Und dann kann das ja auch. Also ich will nur mal. Jetzt schau doch das an. So. Ich glaube die 28 Stunden in einem Spielschirm ist brutal. Ich glaube hier das geht gerade runter. Die Kodierung des Spiels leidet darunter. Weil ich glaube das Spiel ist noch nicht ganz optimiert. Aber schaut euch das schöne Weizenfeller hier an. So möchte man aufwachen. Gut jetzt nicht unbedingt neben den Schweinefarmen etc. Aber es hat durchaus was. Die Notifications. Jetzt die Expedition. Jetzt bin ich gespannt. Nein was. Oh Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht das mein Schiff ist. Ja eingreifen. Scheiss drauf. Plus 20 Prozent. Wir schaffen das. Okay. Also wir haben ein Schiff das von Piraten angegriffen worden ist. Ein Handelsschiff gerettet. Jetzt durch unser. Ja. Effektives eingreifen mit den Bordkanonen natürlich. Die Piraten haben sofort die weiße Flagge gesetzt und haben sich ergeben und sind abgehauen. Die Händler haben ihre Ladung zurückbekommen und wir sind die Helden der Stunde. Moral. 100 Prozent. Und jetzt den Deck gefälligten Insel. Oh. Provide extra Orations und continue. Okay. Wie was? Genio? Ja wir holen uns natürlich. Wir geben ihnen ne extra Wurst. Die Basen sind nicht das Wort. Wir geben ihnen ne extra Wurst. Wie geil ist das? So bitteschön. Ne extra Wurst. So jetzt schauen wir mal ob Lupus reich gehabt hat. Ob genügend Klamotten nun hier sind. Ah. Hoch. Nein läuft immer noch nicht. Immer noch zu wenig Kleidung. Machbar mit dann keinen Unterschied extra Wurst. Ja es ist halt anstelle von 10 haben wir halt weniger News. Wo bist du? Newspaper. Wir haben dich zu kenne, den Master, unter vielen anderen komplementarischen Monarchen. Aber einmal nicht drauf geschaut, ne? Warte nur noch das nächste Mal werde ich dir da und werde ich dir was ansagen hier mein Fräulein da. Du hast die Produktivität gesenkt. Du mieses Stück. So. Sieht aber so aus. Jetzt werden unsere Leute immer noch nicht so happy. Kleidung geht immer noch nicht raus. Ah ist nicht so schön. Schnaps müsste ich auch... Ja ich hab doch erst ne Destille reingehauen. Ich seh schon, aber... Da ist ja schon noch ne Schnaps Destille. Da noch zwei. Jetzt muss es aber reichen. Mehr Schnaps. Die sollen endlich zufrieden sein. Es gibt ganz wenig. Das ist der Weg die Farmers reisen. Hobbledy hoi, hobbledy hoi. Das ist der Weg die Farmers reisen. Hobbledy hoi, hobbledy hoi. Ey! Wahnsinn. Ja, es fehlt wirklich an Schnaps. Schnapstapier ist genug da. Schnaps ist nicht genug da. Also die zwei Schnaps müssen doch jetzt reichen. Ich glaub die Kartoffeln müssen auch dafür reichen, wenn's mich nicht da ist. Wo sind sie denn Kartoffeln? Ne, ich glaub ich brauch noch ne Potato Farm. Aber woher nehmen den Platz und nicht stehlen? Mit ein bisschen Glück hab ich hier noch die Potato Farm Platz. Dann knall ich die da hin. Angebunden. Leckt der Stream eigentlich. Ich hab hier ein bisschen Kodierung überlastet. Erwägen sie eine geringere Kodierung. Der Prozessor ist nicht mehr der Beste. Für diesen Spaß geeignet. Vielen Dank, Globus, für den Follower. Zeige Warn. Normalerweise sieht man hier World of Warships Content. Aber es wird auch Prison Architect streamt werden zukünftig. Da hab ich echt Bock drauf. Hab das Spiel mal begonnen und dann abgelegt. Da hab ich noch einen coolen Spielstand. Spiel-Stand. Da. Spiel-Stand. Oh Gott. Mein Dialekt. Ich würd Spiel-Stand sagen, weißt du? Na aber... Ja, was soll ich sagen. Bemüh mich nicht besonders. Okay, solange es passt. Ich hab nur ein 6700K. Ich muss unbedingt noch warten auf den... Risen 3. Das ist das Pflicht. Ich will jetzt nicht in Risen 2 investieren. Das sah sich nicht aus für mich. Ich hätte dann gerne einen Push, also einen, den ich extremst merke. Das wär angebracht. Aber Hafenverteidigung werd ich jetzt bauen. Sicher ist sicher. Die Piraten haben mir schon einen Besuch... Eine... Die Ehrerbietung erwiesen und mich kontaktiert und haben gesagt, hey Bürschchen. Lecker Schmecker. Der Hafen hat mir gefallen, aber ich komm dann später vorbei. Aber ich brauch noch eine Bierbrauerei. Eine kann ich mir, glaube ich, noch leisten, aber das braucht wieder Worker, die ich nicht habe. Wie sieht's jetzt aus bei der Versorgung? Ah, immer noch nicht, ne? Immer noch nicht. Das Problem ist einfach... Wo ist das jetzt? Aber wo ist meine Wolle? Die nimmt ab. Haben noch Platz für eine Schaffarm. Die habe ich auch noch raus. Echt? Sagst du? Du mit deinem i9100k müsstest eigentlich genügend Power haben. Leicht genug Power. Da. Und dann hier nochmal eine Schaffarm. Farm. Ich glaube, das Problem liegt auch daran, dass ich alles voll klatsche mit zum Beispiel netten Bäumchen hier. Siehe. Nette Bäumchen hier. Ist nicht unbedingt förderlich. Aber sieht halt nett aus. Ja, ich glaube, deswegen ist es auch erst die Beta, die Open Beta. Dann können sie ein bisschen über die Performance noch dran schrauben. Wird dann wahrscheinlich ganz, ganz schlimm. Alle Hände sind bereit. Oh, ja. Im Multiplayer. Da warst du mir dann einiges. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Die Zukunftsdruck. Mein Kaplan. Was? Da. Bitteschön Medizin. Ach, fuck. Er hat nichts gebracht. Ja, ich muss ihnen ein Schweinchen geben. Ansonsten gehen die mir hart auf die Eier. Hallo, Lütschi. Ich gehe mir hart auf die Eier die ganze Zeit. Was kann ich denn mit der ganzen Kohle hier machen? Ich habe einfach zu viel Kohle und ich kann nichts damit machen. So, noch eine Bierbrauerei wollte ich machen, aber ja. Nicht mindestens ein bisschen, Forigen. Fehlt noch. Fehlt noch. Aber es wird hoffentlich wird hoffentlich dann gebaut. Also sobald das ja mal in Schwung kommt. Der Output, also ich habe genügend von allem. Nur braucht es einfach mehr. Ja, doch, 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 doch. Okay, das, es läuft. Es läuft. Danke, Lopus. Also das habe ich schon mal geschafft. Hier der Schnaps ist immer noch mega low. Kartoffeln werden, ach, greatly decreasing. Äh, ich glaube ich brauche noch ein Kartoffelfeld hierher. Er wird mir nichts anderes übrig bleiben. Ich sage. Ah, ich kann einfach noch Kartoffelfeld heraus. Der Schnaps macht mich fertig. Hier. Hier kann mein nächsten Kartoffelfeld hin. Watch your fingers, lad. Oh, leckt. Better doing this by hand. Leckt, leckt, leckt. Ich finde das einfach so geil. Nein, stopp. Das ist das allergeilste, dass man das so bauen kann. Es aussieht wie, als wäre es ein endloses Feld. Nichts, nur stapeln. Was? Nur stapeln? Das ist ja eine Frechheit. Also irgendwo, für was muss das doch gut sein, dass man... Gut, hier wahrscheinlich noch nicht, aber wo sind denn die NPC-Charaktere? Diplomatie. Ja, ich bin im Krieg. Aha, aha. Overtime. Kann ich denn hier nicht? Offer Gift. Ja, 3000. Sehr gut. Zero. Ne. Ah, noch ein Gift. Wow, fuck you. Aber, das kann man zum Beispiel machen. Oh, Medium High. Aye, the Big Wigs have the weapons. But only we know how to slash them. Mmmmmmm. Knutschi, knutschi. Ja gut, äh. Wenn du diese Sprache nicht verstehst, ich merke das neue Feld, das ist ja auch richtig. Ja, schau doch, das ist ja richtig geil. Also auch wenn mein Prozessor in die Knie geht. Aber das ist ja richtig geil. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu meckern. Außer du das neue Anno richtig gut. Bin ja einfach full, full Stock. Ah, okay. Das bedeutet für mich, ich brauche mein Lager. Ganz ein größeres. Oh, das kann ich dir zurück in der Drei-Land. So. Depot. Plus 50 Storage. Kann ich einfach das hier hinten reinpacken? Nein. Das muss ich direkt in den Hafen packen. Okay. Oh, das kann ich vorne rauspacken. Das ist noch besser. Nein, geht nicht. Hier geht's. Hier geht's. Kann ich hier noch hinsetzen, weil ich hab da Money. Dann, äh, einfach mal just for fun. Wie sieht's denn aus mit der Hafenverteidigung hier? Einmal Mounted Guns und einmal die Cannon Tower. Kann ich die tatsächlich... Das ist doch eigentlich der freie Hafenplatz. Fehlt's mir an irgendwas? Ne. Aber ich kann's nur hier hinstellen. Okay. Was mit den kleinen Kanonen? Geht auch nicht hier. Sondern auch nur hier in die Seite, oder was? Nein, das ist nicht möglich, weil das wird blockiert. Der zieht auch ziemlich weit rein. Ich kann aber, glaube ich, zuerst hier den Kai ausbauen. Ah, geht nicht weiter. Ach so, geht nicht weiter. Dann nützt mir das hier gar nichts. Das ist quasi für die kleine Reichweite. Und das eine ist für die Big Boom Boom. Aber das ist jetzt Bullshit. Dann habe ich auf dieser Seite keine Hafenverteidigung. Außer wenn ich die fette Kanone hier hinstelle. Na gut, das ist ja dämlich. Wir haben jetzt aber ziemlich viel mehr... Ja, die haben mehr... Mehr von allem. Mehr Depot ist immer gut. Plus 50. Das bedeutet, die oben sind jetzt nicht mehr voll. Ja, immer noch. Aber es wird abgeholt. Ah, geh weg. Ich brauche hier zuerst mal ein bisschen Attention. Aber das ist blöd. Das ist tatsächlich jetzt blöd. Dass der hier richtig weit rein düst. Der hier auch. Ich kann mit Bricks ja was bauen. Also wenn ich noch ein Lager baue. Wenn ich hier auf dieser Seite noch ein Lager hinstelle. So müsste es laufen. Und dann baue ich hier einmal die größeren, kleineren Kanonen. Kleineren, größeren. Das sind Medium Range, Medium Cannon. Ach, scheiß drauf. Pubs ja. Wofür brauche ich das denn sonst? Hier baue ich nochmal die kleinen Kanonen hin. Da und dann fehlen mir Bricks. Das passt. Da bin ich ein bisschen abgesichert. Ich baue dann hier nochmal ein paar Fischis. Würde ich wahrscheinlich brauchen. Ja, extrem viele Fischis. Ist schön, wenn man wieder was zu tun hat. Ja. Wie Coastline. Wollte ich gerade sagen, oder? So gut zu sehen, Uncle. Ja, gut zu sehen, auch du. Ich bin nicht dein Uncle. Die Leute sind komisch hier. So, passt. Hier haben wir zu wenig Worker. Wie sieht es jetzt aus mit Push-Push? Musi-Schmusi? Worker-Worker? Ja, läuft's. So. Upgrades hier. Das war's schon. Das war's. Kein Market. Echt jetzt? Da ist ein Market. Ah, du bist nicht angeschlossen. Ja, natürlich. Da hätte man auch kein Genie sein müssen, um das zu sehen. Dann haben wir... Nein, sonst nirgends das Problem. Dann habe ich die zuerst hier. Ja, jetzt wäre es hier in der Mitte. Ja, und dann hier. Oh Gott, jetzt werden mich alle wieder hassen, weil ich genügend Wurst und schiesse mich da. Dann habe ich direkt zur... Direkt zur Expedition. Das geht ja auch so. Ach, das geht nicht mehr. Das geht nur hier. Das ist entscheidende Frage. Was wollen die? Die haben noch nicht genügend... Blieblablub. Die haben aber nicht mehr noch Bock. Ja, die haben noch Bock aufzustehen. Dann lasse ich die noch aufsteigen. Da. Und das war's dann. Ne? Die mögen noch. Ach, und dann haben wir nicht genug Holz. Okay, das ist geil. Jetzt haben wir Maximum Worker Force. Und jetzt geht's rein in die Discovery Expedition. Also Entdeckungsreise, bitte. Gib mir mal was Gutes. Ja, geh weg. Hannah, ich hab keine Zeit. Hallo Niederpile. Oh Gott. Oh Gott. Ja, da müssen wir halt handeln. Also der Kaplan macht mich... macht mich fertig. Ganz im Ernst. Da ist der Schwein. Oh, das bringt nichts. Was mit Seife? Seife will er. Wurst bringt auch nichts. Okay. Kann ich mir nicht die ganze Seife geben. Ein Vogel. Da, 10 Seifen. 20 Seifen. Seems Fair Trade. Was will ich ihm mehr geben? Das ist egal. Dann gebe ich ihm gerade so viel, wie es braucht. Was ist am Land, das ist mein Geschäft. So. Na, warte. 16 Seifen. Eine Wurst. Noch eine Wurst. Nimm eine Wurst. Ja. Wehe. Ich sag's ja. Ja, also die... Die macht mich arm. Okay. Wenn ja jetzt nicht eine fette Insel rauskommt, dann aber. Schick euch nach Hause und dann stelle ich euch an den Pranger. Das ist mir scheißegal. Bedeutet... Das bedeutet nichts Gutes für euch. Ich brauche jetzt diese Insel, also... Weil ohne die Insel... Stimmt, ich könnte mit ein bisschen mehr Schule hier... Ein bisschen mehr Schule klingt so geil. Hopps. Bekomme ich mehr von der geilen Sorte von Leuten. Und dann, also Stufe 3. Das Problem ist, ich kann dann die Bedürfnisse eh nicht stellen von denen. Ich habe hier vorne... Wo ist denn das? Die mega reichen. Da, einen. Da, dann fehlt es mir an... Gossenfutter, an Pelzmäntel, an Nähmaschinen und an einer University. Wobei die University, die knall ich dann hier irgendwo hier rein. Also hier, also wenn sie nicht... Eine geile Sorte... Ja, die geile Sorte an Leuten. Hier, Stufe 3. Es gibt 5 Stufen anscheinend. Und ich... Brauche unbedingt diese Südseeinsel. Aber ganz im Ernst... Was ist hier los? Die Leute wollen mir hier nicht eine weitere Insel finden. Die Discovery Expedition ist ultra scheiße. 31 Tage in See. Die letzte, die hat schon nach 30 Tagen eine geile Insel gefunden. Ach, da gibt es nur die ersten drei. Ja gut, immer. Dankeschön, Lupus. Dann habe ich ja nicht so einen Druck. Dann baue ich hier einfach noch ein bisschen. Aber wie gesagt, ich hätte gerne die Südseeinsel. Damit ich die auch mal einspielen kann. Ja, das hier sieht schon gut aus. Ja, das ist ein bisschen schade, dass man mit der Kohle nicht viel machen kann. Kann ich die nochmal bestechen? Ein bisschen schmusi, schmusi wieder. Hello. Zero. Ah. Ach, schade. Ja, eigentlich haben wir schon alles gesehen hier. Das ist ein bisschen traurig. Also, außer hübschen Städten und die Monumente. Gibt es denn schon die Monumente? Ich habe gesehen, man könnte einen Zoo bauen. Aber das sehe ich ja noch nicht. Na ja, dann optimiere ich mal ein bisschen. Optimieren macht auch Spaß, habe ich gehört. Ja. Zu wenig Holz. Das ist klar. Zu wenig Wolle. Das leuchtet ein. Wie sieht es denn endlich mit dem Schnaps aus? Wie sieht es denn mit den Kartoffeln aus? Kartoffeln gehen immer noch rund. Das bedeutet, wir bauen noch mehr Kartoffels. Kartoffels, Kartoffels, Kartoffels. Ich glaube, hier werden die Kartoffelfelder des Todes angebaut. Und dann Brot geht hoch, Weizen geht das, geht alles hoch. Dann können wir noch mehr Bier brauen. Ja, eine Bierbrauerei fehlt noch. Und mehr Kartoffels. Und vielleicht noch ein bisschen Wolle. Aber das ist ja... Ach, Zonenmuseum gibt es und kann man bauen. Ja, dann bin ich leider noch nicht dahin gelangt. Also erstmal Kartoffeln. Hallo mein Freund. Kartoffeln, das mein Freund. So, und noch ein Kartoffelfeld hier hinten. Dann haben wir die alle vorne. Ich glaube, ich brauche da noch zusätzlich... Ein Lagerhaus. Oh nein. So, 72. Weit werde ich dann hier nicht mehr rumkommen. Oh, sind lustig auch. Ultra hübsch, okay. Ach, bevölkert wird. Ach Gott, da muss ich wahrscheinlich auf den Südseeinseln ran und... ...da richtig Vollgas geben, ne? Kann ich mir mal vorstellen. Brauche ich hier denn noch eine Distille-Sicherheit zu haben? Ich glaube, ich brauche noch eine Feuerwehr hier. Das ist sicherlich keine schlechte Idee. Bei den Distillen habe ich noch ein bisschen Schiss, diese Raffe. Und die Kohle haben wir. Aber es soll der Geiz. Jetzt gehen Sie bei uns... Ich bin so ein kleiner... Ein Potato-Field. Ganz genau, was hier ist. Das sind alle Level-of-Warship-Spieler seit 0.8.0, die keinen Bock haben auf das Update. Die sind jetzt hier gefangen und müssen Potatoes ernten. Oh, oh, oh. Was? Riot. Wut, 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 wut. Ja, hol halt die Waldfäe. Nix da, wo sind meine Prügel auf dem? Hier. Police Station, bitteschön. Wie die da abgehen? Fehlt's denen noch? Da geht's denen gut. Anscheinend nicht mehr, ne? Die Reichen da oben müssen doch happy sein, oder? Das ist das schöne Viertel. Mit Bricks. Mobilize. Geht nicht. Hop, hop, bügelt die nieder. Hallo, da gibt es so viel Schnaps. Was geht denn mit euch? Hop, Polizei. Jetzt will ich aber was sehen. Ich muss nur blöd deuten, hallo. Schläge mit den Knüppeln. Ja, da ist der Knüppel, das ist gut. Was, Streik? Streik? Frag denen mal, was hier abgeht. So, rektatierende Diktatoren auch, wie wollen. Was? Mehr Polizei. Da, sehr gut. Aber keine Ahnung, was die haben. Die müssen doch happy sein. Die, denen geht's gut. Die haben Workclothes, die haben Market, die haben Fisch. Mehr brauchen die nicht. Jetzt haben wir den Prime auch ins Spiel. Ruhe da. Muss ich den Chat sanktionieren. Da, da. Beruhig mal die Pipel. Das geht ja gar nicht. Beruhig mal die Pipel. Ja, also mit dem scheiß Englisch hier. Also Police etc. Was? Ja, äh. Es gibt keinen was. Ähnliches. Das war nur, dass das Schundblatt. Minus 10 per den News. Und da, da geht's nicht. Das ist doch nur dieser Scheiß. Weißt du? Löschen. Die Expedition. Da, der Newspaper. Warte nur, mein Freund. Diese letzte Zeitung. Ich glaube, ich werde ein Gesetz erlassen. Der Newspaper, der Mangel an Schnaps. Ich warte einen. Da. So, jetzt mein Freund. Du, dir geht's an den Galgen, ne? Wenn du nicht ein bisschen aufpasst, ja. So, Happiness ist schon drin. Das ist gut. Wir brauchen aber... Kohle brauchen wir eigentlich nicht. Nee, scheiß auf die Kohle. So, Safety. Hopp. Easy. Du hältst die Fresse. Wegen dir haben wir Probleme in meiner Stadt. Die Leute waren glücklich, bis du einen Scheiß gemacht hast. Publish. Wir sind sicher. Die Polizei hat alles unter Kontrolle. Jetzt, seht euch das an. Na? Easy. Das ist aber das Wichtigste. Wenn man einen guten Start führen will... Was für ein... Aber passt doch mal. Was? Wenn man einen guten Start führen will, dann muss man die Zeitung unter Kontrolle haben. So einfach ist das. Seht euch das an. So wie wir das in der heutigen Zeit haben, die Staats-Nein-Propaganda-Zeitschriften, die haben auch nur das zu posten, was der Staat will. Und dann passt das auch. Das so läuft das hier. Wir sind ja mal zu viert. Der andere geht noch eine schöne Rolle spielen. Ganz genau. Das ist lustig. Oder? Und eine Bar. Eine Bar. Bestimmt, eine Bar könnte fehlen. Aber ich habe doch überall... Die Schnapzdichte ist ziemlich groß bei mir. Oder? Wo sehe ich denn die Schnapzdichte? Wo ist hier eine Bar? Da ist eine Bar. Da. Voll abgedeckt. Voll abgedeckt, die eine Bar. Ach, das ist Markerplace. Moment. Hier. Geht auch bis da hinten. Voll abgedeckt. Das ist die Schnapsbar. Alles ab... Schau doch das an. Also, die Schnapzdichte ist optimal. Hier hinten kann man noch ein bisschen fluchen. Wobei... Das ist ein Markerplatz. Da kann ich hier noch einen Schnapsladen hin. Ja, wobei... Es hat hier, oder? Nein, hier ist ja schon eine Festivität. Hier ist echt schlecht. Aber hier ist auch noch genügend Schnaps. Ich kann den Release gar nicht abwarten. Ja, der Release ist dann halt erst im April. Das... Oh, Opium fürs Volk. Wie ist die Kirchenabdeckung? Gut, dass du mich dran rissen. Die ist auch... Schau dich das an. Ja. Kirche, Kirche, Kirche. Alles läuft. Ich verstehe überhaupt nicht, was die da hinten haben. Das ist... Ja. Police Enforcing the Law. So ist das. Das Gesetz muss durchgesetzt werden. Seht euch das an. Solange dieser blöde Artikel, Zeitungsartikel, nicht für Unruhe gesorgt hätte, dann wäre alles gut gewesen. Alles. Die Musik ist natürlich auch. Das untermalt den Fortschritt. Das ist... Man sieht wieder, Demokratie funktioniert nicht. Man muss das Volk unter Kontrolle haben. Passiert auch. Die haben alles. Das ist sehr lächerlich. Lächerlich. Ah, einmal mobilisiert noch, damit das unter Kontrolle gebracht wird. Mit der Wartung. Das ist sehr. Gut, dass ich das auch mal gesehen habe. Undankbare Pöbel hier. Aber wirklich. Das war wirklich lächerlich. So. Oh, nice. Der möchte jetzt auch aufsteigen. Das ist gut. Jetzt schauen wir mal. Jetzt gibt es... Hier eine... See, wie die ganze Welt baut vor uns. Nice, oder? Das sehe ich auch so. All das ich ever desigte, war ein Ort, um zu leben und zu arbeiten. Kein Thema. Kein Thema. Das Problem ist jetzt, wie gesagt, mir fehlt jetzt die geile Insel. Aber dann... Also die haben es schon gut. Schaut euch das an. Hier ein eigenes Blablub. Schön zum Rumlaufen. Das ist vielleicht noch ein bisschen schlecht, aber da müssen wir... Ja, fehlt... Wow. Da wundert mich jetzt gar nichts mehr. Scheiße. Das müsste man noch überschreiben können. Das, wenn man hier ein bisschen Blödsinn gebaut hat. So, jetzt haben wir Zugriff. Dass man das hier noch... Ruhe da, Osiris. Das ist alles das Fake News. Richtige Fake News da. Da. Fluffy Town ist liebenswert. Das Problem ist, die Leute sind ja mega undankbar. Aber richtig undankbar. Also da sorgt man sich... für eine gute... Hafenverteidigung. Damit die nicht einfach so weggeballert werden können. Und was ist der Dank? Ach, mir fehlt Brick. Aber ich möchte hier noch eine zweite... Für ein bisschen mehr Power hinfahren. Nur zur Sicherheit. Andere ist Hoy 2.0. Das ist schon unverschämt. Dass ich als guter König in Hearts of Iron sorge mich um die Untertanen. Ich möchte anmerken, dass ich keinen Angriffskrieg geführt habe. Hier habe ich auch noch keine militärische Handlung vollzogen. Ich habe nur ein paar in Seenot, also durch Piraten angegriffene, fremde Handelsschiffe gerettet. Und der Dank war undank, weil ich dann meinen Matrosen noch extra was ausgeben musste, dass das läuft. Dass sie wieder glücklich sind als Belohnung. Frechheit übrigens. Die hätten... Albanien? Frechheit. Die hätten das ruhig aus Nächstenliebe machen können. Und Albanien, das war... Albanien haben den Anschluss gefordert. Wenn du Serbien meinst, die haben... Das ist wieder ganz was anderes. Ja, ich punkte mich da ein. Das in Serbien war ganz was anderes, denn die haben im Ersten Weltkrieg, also die haben den Ersten Weltkrieg provoziert. Gott sei Dank hat das grosse, artige Österreich-Ungarn und die Mittelmächte das gewonnen. Ansonsten wäre es unweigerlich zum Zweiten Weltkrieg gekommen. So sind nur die Faschisten in Italien wieder gross geworden und in Frankreich natürlich. Die haben natürlich die Schnauze nicht voll genug bekommen in dem Ersten Grossen Weltkrieg. Die haben dann das Kaiserreich angegriffen. Das war aber kein Weltkrieg. Das wurde sofort niedergeschlagen und befriedet. Befriedet. Sag ich da. Das ist Frieden durch Herrschaft. Und so wird das auch hier gemacht. Und ja, ich punkte mich immer gerne ein bisschen ein, weil... Ich glaube, man kann nur den Hafen angreifen. Das bedeutet, wenn ich nur hier Hafen habe, dann können die auch nur hier angreifen. Wow. Also das ist natürlich kein gut gesicherter Hafen hier. Oh, die Industrious. Wie wollen wir denn dieses Schiff nennen? Habt ihr einen guten Vorschlag für eine... ...Fregatte? Lasst mal... ...die History Channel. Habt ihr einen Namen für die tolle Fregatte? Und nicht die Frittenfregatte? Oder sowas? Ja. Ich könnte sie... ...Odyscious nennen, weil ich das im Video immer falsch gesagt habe. ...instatt Odyscious. Ich glaube, so spricht man es aus, oder? Odyscious. Die MS Wolf. Das ist aber eine Fregatte. Die hat sie in Kanonen, glaube ich, oder? Dann wäre es doch die SMS Wolf. Seiner Majestät Schiff. Black Pearl. Ja, Genske, die hat keine schwarzen Segel, glaube ich. Leider natürlich. MS Bayern. Ja, ich sehe schon, ihr wollt unbedingt einen deutschen Namen haben. Niederbayer, den nehme ich nicht. Ein anderes Bundesland. Weil Niederbayer kommt da rein und versuche mich mit Bayern zu blämen. Ja, mit Serbien zu blämen. Die MS Horsti. Das ist gut. Nein, die MS Genske nennt ihr sie. Das war das. MS Genske. Die MS Genske wird jetzt voll beladen mit ein bisschen Holz. 50.000 wollen die. Soll ich ihr das geben? Nein. Kann ich die besiegen, wenn sie ankommt? Bläser Jacket. Ja, ganz im Ernst, ich bläst ja doch nicht da richtig, aber richtig geil 50.000 in den Arsch. Nur weil er da gerade Bock drauf hast. Das kannst du komplett vergessen, mein Freulein. So, die MS Genske wird jetzt nämlich eine zweite Insel besiedeln. Wird ja ganz in der Nähe sein. Denk mal, wir nehmen uns dieser Insel hier rein. Einfach nur just for fun, weil mal schauen, was da läuft. Wir brauchen es zwar nicht, aber... Oh, die hat eine schöne Bucht hier. Da könnt ihr euch übrigens schon mal einen Namen für... Oh, da ist Pepper. Nice, da muss ich hin. Da ist Pepper. Pepper brauchen wir. Und Fell. Wie kriegen wir Fell? Ach, bin ich ein Idiot? Moment. Was brauche ich? Also Paprika. Oder Peperoni. Paprika, glaube ich, sagt man im Deutschen. Peperoni im Italienischen. Wo zum Teufel sind meine reichen? Da. Dafür brauche ich... Warum sagt man, dass niemand das? Peperoni und Fleisch. Die Kettelfarm werde ich sicherlich auch finden. Oh, die können kochen dann Gulasch. Brauchst zum Besiedeln zehn Stahl. Ja gut, Stahl habe ich ohne Ende. Also das ist kein Problem. Aber danke für jeden Fall. Hallo, Sharky. Kannst... Was? Ja, kannst du. Aber die kann auch ohne Hafenschiffe bauen. Ach so, die Tusse da. Ja, ja, okay. So, ich knall jetzt hier mal zuerst noch eine Verteidigungslinie hin. Oh nein. Come on. Nein, Böse. Nein, Blöds. So, hier. So. Dann nehmen wir hier die MS Genscam. Na, da müssen wir hier hin müssen. So, erste Fall der MS Genscam. Ja, der Rassan Genscam. Was für schöne Segel du hast. Sieht richtig gut aus, Sharky. Schau mal, das ist eine Fregatte. Es leckt bei mir ein bisschen, wie gesagt, es ist, weil, ja. Meine arme CPU. Aber ich denke, was im Hintergrund laufen ist, ich abschalte mich für einen Moment. So. Das geht zu. Quit. Ja, und das war's eigentlich schon. Nice. Habe ich ja richtig gespart. Da. Da. Die MS Genska ist da und jetzt wird mal geladen. Also, ich brauche Stahl. Was glaube ich, ist es solch ein Stahl hier? Also, Steel. Ja, ja, ich hatte den gleichen wie du. Was? Oh, ich muss mehr Stahl abbauen. Sehe ich gerade. Oder mehr Stahl schmelzen. Schauen wir, woran es liegt. Also, Stahl ist genug da. Kohle ist genug da. Da muss ich noch eine Schmelze hinbauen. Ach, Träger. Keine Part. Ja, das ist mir lieber. So. Träger. 420, hast du gesagt, ist genug. Ja, veraltet. Wir sind 6700. Danke, Osiris. Hab's schon gelesen. Und Lupus auch. Hallo, Friar. Freur. Hallo, Andi. So, was muss ich denn jetzt nach Holz wahrscheinlich? Nach Haufen Holz. Würde ich jetzt einfach mal tippen. So. Sehr gut. Also, die MS Genska ist voll beladen. Jetzt muss ich aber hier noch eine zweite Stahl. Bauern. Stahl schmelzen. Hab hier oben, hab ich schon... Ich hasse die Verschmutzung hier. Ganz viele Latten. Hab ich mit. Nein, Sharky, Koks. Gibt's keins. Hier ist richtig übel. Hier ist richtig übel. Also. Das ist... Die armen Tiere hier. Holy moly. Warum sind die noch da? Geht doch weg. Ja, Koks ist übrigens hier, Sharky. Also, ich weiß natürlich, welches Koks du meinst, aber das ist das Koks, das es hier gibt. Das ist alles. Was ich vorher noch bauen wollte... Was ich jetzt vergessen habe, habe ich mir da. Die Brick Factory. Ich kann nämlich vier jetzt betreiben, glaube ich. Da. Und dann würde ich gerade noch mal was vorschlagen. Wenig bleiche. Ja, jetzt habe ich es vergessen. Also, wir schicken jetzt mal die Ganske los, oder? MS Ganske. Frigate 1. Klasse. Warte mal. Was war hier, um eigentlich auf der Insel zu holen? Okay. Brauche ich momentan noch nicht, aber ich brauche den Pepper. Ich glaube, wir müssen hier nach links, oder? Ja, hier ist Pepper Island. Was habt ihr denn jetzt für einen Namen für die zweite Insel euch ausgedacht? Hier mit der schönen Pucht. Und sagt, nein, nicht Koks Mountain. Ja, genau. Ich bin voll in Action. Aber ich wollte sagen, nicht Freetown, weil Fluffy Town ist ja schon relativ free. Also, sehr frei, möchte ich anmerken. Ich glaube, wie glücklich die Leute hier sind. Prime King. Nein, nicht Bayern. Ah! Koks Mountain. Das ist nicht Koks Mountain. Es gibt keine Folgen hier, oder? Leider. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass die Anzeigen so groß sind. Ich möchte gerne skalierbare Anzeigen. Ich will es Niederbayern nennen. Es wird nicht Koks Mountain heißen. Dann ländlich sind lieber noch Bayern. Sagen wir mal so. Sollten wir hier leicht sprachlich unterentwickelte Ureinwohner treffen? Ne, natürlich nicht. So, wie macht man das jetzt? Ich muss wahrscheinlich... Ah, okay, ich check's. Und jetzt einfach dranklicken. Ach, der Genske muss jetzt da reinfahren. In den potenziellen Hafen. Die wollen es alle. So. Erledigt. Also. Also, entweder Sharkis Bay oder Niederbayern. Jeder, der mitmacht, schreibt einen Namen mit rein. Sharkis Bay oder Niederbayern. Schreibt es rein. Während die MS Genske hier mal ein bisschen... Ja. Chilt. Ja, das ist halt so ein generierter Name. Natürlich ist das scheiße. Okay. Einmal Sharkis Bay, einmal Niederbayern. Osiris möchte auch Niederbayern. 2 zu 1. Ich warte natürlich noch ab, damit ihr die Chance seid, da ein bisschen mitzustimmen. Ja, jetzt nur drei Stimmen ist natürlich ein bisschen wenig. So, Kanonen. Ja, habe ich genug. Stahl geht runter. Ja, das nur, wenn ich was baue. Ist aber noch 2 zu 1. Wenn Sharki ja nicht seine Leute mobilisieren kann, dann wird die neue Insel Niederbayern heißen. Doch, du bist doch stimmtberechtigt. Das passt ja. Ist ja 2 zu 1 dann, oder? Sharkis Bay. The Grumpy Shark. Niederbayern und Osiris Niederbayern. Auf die Ignor-Liste. Was? 3 zu 1. Wo denn? Ach. Andi hat da noch... Ja, ich verstehe. Dann ist es 3 zu 1. Ja, dann tut mir leid, Sharki. Ich glaube, du wurdest überstimmt. So. Ja, ja. Den habe ich leider übersehen. So, dann wird diese Stadt hier Niederbayern heißen. So. Ja, jetzt ist natürlich die alles entscheidende Frage. Wie, wo kann ich hier meine geilen... Ah, Peppers. Sehr gut. Also, es läuft. Und Kettelfarm. Ausgezeichnet. Es läuft auch. Mach das mal auf ganz auf österreichisch, bayerisch. Das Problem ist, bayerisch kann ich nicht. Und österreichisch, da ist nur der Tiroler Dialekt. Also, das ist... Dann versteht mich ja niemand mehr. Mach's gut, Osiris. Viel Spaß. Da versteht mich ja kein Schwein mehr. Okay, das bauen wir hier rein. Ich sehe schon, ich muss hier auch Holz aufbauen. Nein, das ist ein gesamtes Lager, oder? Nee, ist nicht. Also, die Insel hat ein eigenes Lager. Okay. Dann bauen wir selbst ein bisschen Holz auf. Ja, das ist jetzt ja quasi der gleiche Scheiß wie immer, oder? Das ist der gleiche Scheiß wie immer. Was ist jetzt mit dir los? Die Alte will mir sicher auf den Sack gehen. Das ist das Neue auch noch. Ganz genau. Ganz genau. Aber ich glaube, man könnte das auch quasi versorgen lassen. Wäre dann auch kein Problem. Also, mit einer Handelsroute. Das ist übrigens Niederpfeil. Auch Nieder... Oh Gott. Dankeschön. Ein Tippfehler drin. Niederpaxern wäre aber natürlich noch viel, viel witziger. So. Na gut. Dann bauen wir hier mal was ab. Und chillen da. Also, wie gesagt, das ist ja... ...alles immer der gleiche... ...Schmäh. So, weil wir kein Deutsch können. Ja, wir sprechen vielleicht nicht so ein plumpes Deutsch. Insuffizienten Workforce, ja. Ich sehe das anscheinend. Wir brauchen 25. Das wird sich jetzt schon verbessern. Wo ist mein Handelsschiff? Ich muss jetzt Handelsschiffe bauen. Damit ich hier immer ein bisschen einen Trade-off habe. Ein Schoner. Ein Gunboot. Eine Fregatte. Ein Clipper. Ein Ship of the Line. Ist das ein Handelsschiff? Das kostet natürlich ganz, ganz wenig. Hargo Slots 2. Item Slots 1. 1, 2, 3. Ich habe ja keine richtigen Handelsschiffe. Kann das sein? Hahaha, Schalke. Hahaha. Sieh, das hat mir jetzt auch die Sprache verschlagen, was Schalke da behauptet hat. Aber ich glaube, ein Schoner sollte hier das Problem lösen. Kann ich einen Spawnpoint setzen? Ja, so gut. Da wird der Schoner rauskommen. So, Fluffy Town ist natürlich auf dem Höhepunkt. Schauen wir hier mal. Es wird natürlich hier jetzt geupgradet, so wie es sich gehört, in der Mitte. New City Status. Ah, die Leute lieben mich. Schau, wie gut. Ah, das ist ja schade. Ah, Wahnsinn. Ah, das ist Wahnsinn. Was ist hier los? Was fehlt hier? Habt ihr zu wenig Wurst? Habt ihr zu wenig Workcloth? Und weiss es nicht. Ich möchte hier gerne die ganzen, äh, zur Stufe 3 heran. Ha, sehr gut. Ich brenne nie der Feiern ab. Nee, das brennt nicht ab. Ich war da dann, äh, ist sofort was hier. Was, was? Das machen wir. Discovery. Wie kann ich das machen? The New World. Ich will, ich will da was hinsenden. Ja. Ähm, jaja, mach ich. Nur wie? Boah, das Spiel wird jetzt langsam. Das Spiel wird echt langsam. Warum dir nicht nordisch aussieht? Das ist... Wir spielen hier in Nordamerika. Das ist so ein Peruaner, eingewandert aus Südamerika. Direkt natürlich nicht. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ist da ein Gänzke? Was ist hier mit dem passiert? Das entdeckt gar keine neue Welt, oder was? Das macht nur Scheiße. Das ist 15%. Oh. Leck mich. Das läuft ja nicht so gut. Also ganz im Ernst, äh, komm nach Hause zurück. Diese Expedition ist eine, eine wirkliche Enttäuschung hier. Aber ich glaube, die MS Gänzke, die könnte einen neuen Auftrag vertragen, oder? Wir bauen hier schon einen Schoner hier für Niederbayern, um das auszubauen. Wo ist denn da drüben? Hallo. Gänzke, Gänzke. Du fährst jetzt zurück nach Fluffy Town. Aber man müsste sie einfach zurückschicken können. So, du kommst dann natürlich hier hin. Hier nimmst du Goods auf. Also, geilen Scheiß. Und dann gehst du auf Expedition, Gänzke. So, hier ist natürlich alles gut. Gibt genug zum Fressen. Niederbayern wächst und gedeiht. War ja nicht anders zu erwarten, oder? Oh nein, das ist dann lieber so. Bayern sind ein starkes, stolzes Volk. Ja, hier gibt's auch gleich. Ups. Na gut, da fehlt noch ein bisschen was. Wie gesagt, sobald hier eine Verbindung steht in ihrer Bayern, dann braucht sie keine Angst mehr haben. Ein bisschen Spaß, ein bisschen Filz. Dann bauern wir das schön aus. So, da drüben. Ja, Schaki kommt ja nur zum Rumjammern da. Die MS Gänzke wird umbenannt in die SMS Gänzke. Denn sie hat jetzt eine wirklich wichtige Aufgabe. So, sie kommt weg. Wo ist Schnaps? Wir haben nicht genug Schnaps. Können wir Bier mitgeben? Auch kein Bier. Das ist jetzt natürlich bitter. Dann wird's wahrscheinlich wieder Wurst sein. Ja, Wurst. Schweine. Und Seife. Na gut, wir haben zu wenig Seife. Können wir Fische mitgeben? Warte, das machen wir anders. Wie geht das mit der Expedition? Oh, auswählen. Oh, wie geht das mit der Expedition? Mach mal Geräusche. Das hätte voll Lust. Ja, es ist... Ich weiß noch nicht, wie das geht. Vistors have no public mooring to arrive in Niederpahar. Ja, aber was soll ich sagen? Ein Feuer ist in Niederpahar rausgebrochen. Das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Weißt du, fünf Häuser und dann gleich schon so ein Scheiß. Das hätte sie jetzt echt nicht gebraucht. Wie kann ich das da umgehen? Was stand denn da überhaupt wichtiges? Ich will auch nur hier Pepper anpflanzen. Hier, ich will nur die beiden hier anpflanzen. Sehr gut. Das, das produziere ich dann bei mir. Hallo, Concella. Das produziere ich dann ja bei mir. Das ist ja dann kein Problem. Jetzt mal, wie funktioniert das mit der... Auf einer Fluffy-Tag. Wo war's da los? Ja, jetzt ist auf einmal kein Warehouse mehr in Range. Wirklich. War immer ein Warehouse in Range. Fängt daran, da rumzueiern. Das ist eine Lüge. Das ist eine Dreist... Da ist doch ein Warehouse. Das ist belastend. Das ist belastend hier. Naja, aber ganz wichtig jetzt. Wie kann ich denn... Da, send the new... Ja, wie geht das? Ja, okay, 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 okay. Aber wo kann ich diese Expedition? Newspaper-Expedition. Ich möchte eine neue Expedition starten. Wie kann ich eine neue Expedition starten? Hilfe, Hilfe. Niederbayer. Lupus. War ein Preuze, der sich reingeschnitten hat. Ich brauche hier eine... Einen... Wie kann ich eine Expedition starten? Rechtsblick macht nix. Vacations. Da können wir ja nicht gestohlen bleiben. Ja, ich weiß. Naja, ihr schreibt nur Blödsinn. Das ist das Allerwichtigste zu wissen. Beim Sharky. Sharky und Niederbayern werden sich da streiten. Ohne mir zu helfen, um eine neue Expedition starten zu können. Hilfe, Hilfe. 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 Schauen wir mal. Bisschen mit Gansker, da ist die Buttercup. Idleships? Nein. Trade route? Nein. Das ist natürlich kein... Wir können mal eine Trade-Route erstellen, aber ich möchte eigentlich... Stations! Ich möchte eigentlich... Ja, er legt mich. Ja, das ist schön gemacht. Du hast nur Scheiß gemacht. Mir leid. So. Also das Problem ist, ich will keine Expedition starten. Ich will in die neue Welt. Die Frage ist, geht ihr in die neue Welt? Wisst ihr, was ich meine? Ich habe hier New World. Bam. Das ist die Quest. Muss ich da draufklicken, damit ich die jetzt angenommen habe, oder was? Das ist der Klick, dass ich sie annehme, oder? Gut, das wurde gelöst. Die sind aber nicht so glücklich. Doch, wir sind sehr glücklich. Wir würden gerne hier noch ein bisschen ausbauen, aber... Sehr ein bisschen problematisch hier. Mal schauen wir mal. Also... Hier Felder. Das ist ja kein Problem. Mir geht es aber darum, ich möchte diese Expedition jetzt starten. Ist das denn überhaupt die Möglichkeit, hier diese Expedition zu starten, oder? Ja, im Chat hilft mir auch nicht. Das ist nicht die feine Englische. Nur, was ihr wisst. Das ist nicht schön. Wofür habe ich euch denn? Da habe ich mal Fleisch angebaut. Wenn ich da vielleicht ein bisschen weiter kommen, jetzt würde ich Peppers anbauen. 108. Eine Check-Kopie? Ah, sehr gut. Das muss man erreichen. So, du kleiner Fürst hier. Du wirst natürlich von meiner Propaganda. Ich bin mir da. Nur, um einen Stein zu der Kopf zu nehmen. Hm. Dann kam ich zu jedem. Und meine Geschichte hat geschehen. Okay, dann. Es gibt keine Sklaven hier im freien Niederpeir. Siehst du mal? Moment, ich baue hier noch schnell ein Warehouse hin. Und dann kümmern wir uns mal um diese Expedition. Moment. Oh, come on. Da. Sehr gut. Das läuft hier also, bis die Lager voll sind. Deswegen baue ich hier noch mal schnell eine Lagererweiterung hin. Oh, Nehmaschine. Aha, aha, aha. Iron Mine. Oh, Kohlemine. Nice. Jetzt geht es richtig rund. Da ist der Zoo. Da ist der Zoo. Okay, jetzt hast du jetzt mit... Nein, Bug. Was war das? Ein Theater. Das ist ja richtig geil. Moment, ich muss zuerst ein Theater bauen. Wo habe ich das her? Town Hall. Das interessiert mich nicht. Oh, da ist das Theater. 40 Stahl. Zurück nach Fluffy Town. Nein, warte. Wieso kann ich nicht? Nein. Ah, das gehört mir. Man kann sich einkaufen in fremde Städte. So, einen Moment. Jetzt zuerst kurz das Theater. Das ist das aber Wichtigste jetzt. Bam. Ich brauche Platz für das Theater. Die andere ist natürlich hier im Luxury-Viertel drin. Warum kann ich das nicht bauen? Glas. Es fehlt Glas. Ach, scheiß drauf. So, okay. Jetzt die Expedition. Polinealisierung ohne Sklaven. Ihr seid Geier. Okay. Also. Und in der Expedition scheint auch was für Aussehen. Okay, dann zuerst. Expedition. Expedition draufkriegen, oder? Ja, ich muss so im Ghetto auch verreißen. So. Start Expedition. Ja, aber ich möchte in die neue Welt. Ich möchte nicht eine Expedition. Wie ist das? Spielt das dann eine Rolle? Da. Aber wenn ich das jetzt mache, dann passt es. Schicke ich einfach die Endeavor los. Weißt du was? Ich schicke den Schalke weg. Moment. Quest Fenster. Ja, mache ich. Einmal SMS. Sharky. Dann gibt ihr Ruhe. Da. Quest Fenster. Hier ist Quest. New Worlds. Dann hier rein. So, hier kann ich die Quest löschen. Ja. Select an Expedition. Ja, eine Expedition. Ja. Einfach irgendeine losschicken, wie es heute sieht. Einfach irgendeine losschicken. Ja, das stimmt natürlich, Schicke. Du machst ja Stimmung. Aber Stimmung gegen alle. Das müsste eigentlich dann passen. Kann ich ja rechts klicken. Nein, passiert nichts. Das sind die Objectives. Oder? Cancela? Das müsste ja eigentlich korrekt sein. Also sende ich einfach eine Expedition. Bäm. SMS Sharky. Dann nehme ich noch ein paar Würste mit. Ein paar Seifen. Und voll Schweine. Und dann starte ich die Expedition. Okay, dann ist gut, Benzela. Dann haue ich die mal raus. Dann bleibt die SMS-Genske hier. Mit der SMS-Genske. Was ist hier los? Oh, laut kurz. Ja, da muss ich ja natürlich nach dem Lager hinplanen. Versteht das? Jemand kotzt mir hier die Kuh voll. Genske ist unfähig. Ne, Genske, keine Ahnung. Genske braucht. Gingst es zur Hafensicherung. Schau mal. Ja, wir werden den jetzt hier... Da, schau mal. So. Dann... Plotten wir die. Da, erledigt. Ich mach das. Grouped. Bleed. Ja, ich möchte jetzt aber, dass dieses Schiff hier... Eine Handelsroute bekommt. So, das wird jetzt... Das wird jetzt ein Spass. Wo ist die Handelsroute? Hier, Route. Reparieren vorher. Die ist doch voll repariert. Ach, du glaubst, das andere... Na gut, das ist jetzt... Das war... Das war blöd. Aber ich muss hier unbedingt was bauen. Aber das mache ich gleich. Das ist viel zu schnell. Zuerst eine Handelsroute. Route. Eine Route kreieren. Eine... Eine Charterroute. Da. Einmal. Da ist das Schiff. Ich möchte einmal hier... Als erstes Gut. Ja gut, aber ich möchte mehrere. Ich möchte das, das... Hallo? Das nächste? Ich darf nur ein Gut reinhauen. Ich will... What the fuck? Ja, mal schauen. Der Schalke verlässt schon diese Karte hier. Na gut, dann in Niederbayern nach Fluffy Town. Ja, das Gesamte. Ja. Das Gesamte. Oder was? Oder was? Ja. Ja. Schalke wird... Oh, was ist da los? Nein, ich habe... Nein, ich habe... Ach Gott. Ach, ich habe gerade... Schiff gerufen. Ich habe gerade ein Schiff gerufen, sehe ich gerade. Aber ich brauche Trade Routes. So. Ops. Die Buttercup. Das war der Fehler. Ops. Ach, da war es. Add in your station to select one from list. Bam. Zu bam. So, passt. Uuuuh. So, Click to Load. Ich möchte gerne Peperoni und das hier. Ach, kann ich echt nur eins machen? Click to Load. Und das hier. Also nicht 50 natürlich. Weil alles was geht. Fluffy Town wird dann Unloads Beef und Unloads das. Und das war es schon. Ja. Easy. Aber ich sehe schon, ich möchte ja nochmal eine... bisschen was chartern. Nämlich... Hier. Das bringt mir doch jetzt. Keinen Scheiß. Gulasch. Ja, das... Das wird sicher geil. So, was macht der jetzt? Der fährt jetzt da rüber. Ja, das ist jetzt mein Schoner. Ja. Nein, das ist Bifi Nui. Der hat nichts mehr geladen. Ach Gott. Ich hab... Ach, ich bin so ein Noob. Okay, das ist sofort canceln. Nein, geh weg. Ach, ach. Route. Charter. Löschen. Das macht man natürlich nur, wenn man... Wenn man... Ah. Ich kann für 50 Gold, die ich natürlich locker hätte, weil ich stinkerreich bin... den Schiffkarten... Chartern, der mir das hier... Was ist hier los? Ich muss Holz einsetzen. Der mir das hier macht, wofür ich eine eigene Route gemacht habe. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Ich soll jetzt aber mal Kohleminen machen, weil die kann ich jetzt machen. So, Kohleminen. Die war hier hinten. Ja. Und hier. Das war natürlich relativ bitter jetzt. Aber die Erfahrung muss man jeder mal machen. So. Und. Bäm. Mehr braucht es nicht. Hab ich gehört. Und. Barren. Ich glaube, ich baue noch ein Furnace. Gut, das haben wir zwei. Wir haben... Haben wir zwei Furnace? Nein, wir haben zwei Weapon... Ah, zwei Furnace. Eine Weapon Factory. Mal kurz den Output anschauen. Die Minen gehören. Kinder. Was ist denn los für euch? Ich glaube, ist Chromag da und Sharky eigentlich richtig rund hier. Nein, nein, nein. Keine Kinder. Da stecke ich dann Sharky rein, wenn er nicht aufpasst. Ah, dafür brauche ich Glas. Das ist scheiße. Musst du das Glas machen. Glas braucht... Eine Sandmine. Ja, wo macht man eine Sandmine hin, ne? Wo macht man eine Sandmine hin? Da, wo Sand ist. Wo ist Sand? Du machst mich fertig. Echt, jetzt heisst es nicht genügend. Ich wusste, klein. Verscheisser mich doch nicht. Verscheisser mich... Ich bin nicht dein Onkel. Mein Vater ist dein Onkel. Das Blumen Turnip ist der Größe unserer Hände. Ja, das ist... Das reichen Viertel ist happy. Das ist nur nicht Salz. Schau dir, da ist alles ganz chillig. Ganz einfach. Die holen hier Sand hoch. Ihr wisst ja, wie Glas gemacht wird, oder? Sand enthält viel Quarz. Aus Quarz wird dann durch... Mal nur verwitzen. Wird das dann eingeschmolzen. Und dann haben wir Glas. Das ist alles ganz normal. Also das ist... Das ist guter Rauch. Das ist weißer Rauch. Weißer Rauch bedeutet... Daumen nach oben. Also überhaupt kein Thema. Weißt du, was ihr immer habt? Außerdem schaut mal, die Leute sind mega happy. Da hat er mich schon wieder abgelenkt. Ich brauche noch mehr Schnaps, glaube ich. Ja, noch mehr Kleidung. Einmal kurz schauen. Da die Polizeistationen sind sehr gut. Die laufen. Zu wenig Kleidung. Minimal Wolle. Ich brauche noch mehr Wolle und Kleidung. Weil ich jetzt so viel Workpower hier habe. Wurst. Ich brauche noch mehr Wurst. Und noch mehr Seife. Da seht ihr es. So, das brauche ich hier jetzt hin. Wo sind wir? Ja, ist arg. Wenn es hier anfängt zu brennen, dann bin ich am Arsch. Das ist Seife. Da gibt es Wurst. So. Dann gibt es noch mehr Kleidung. Und da brauche ich noch mehr Schaffarmen. Da habe ich leider keinen Platz mehr. Die kommen hier hin dann. Alles muss hier rausgebaut werden von Hand. Nein, kein Platz. Direkt dran. Jetzt wird nur noch gestopft, wie man sieht. Ja, ich weiss. Du bekommst ja die Goodies doch. Was wird hier gejammert? Weißer Rauch, guter Rauch, schwarzer Rauch, schlechter Rauch. Ja, ja. Warte mal. Ich baue Scharke jetzt hier eine Hütte hin. Da, Scharke. Da wohnst du drin. Ist dir das? Dann bist du noch ein bisschen näher ran an den guten schwarzen Rauch, wenn du Pock hast. Weiss nicht. Sieht nicht so glücklich aus hier, ha? Das ist Scharke. Das ist Scharke's Schwester. Das ist Scharke's Tante. Die müssen hier jetzt wohnen. Mega nervig. Den ganzen Rauch, ne? Ungeil. Aber gut. Ohne Stream schaut es halt noch besser aus. Das stimmt, ja. Also in Live schaut es echt gut aus. Und ansonsten da wird noch ein bisschen an der Performance verbessert. Gebessert. Aber jetzt wird die Performance verbessert. Da hoffe ich drauf. Und dann April. Da macht es dann richtig viel Spaß. Leute, ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann, glaube ich, vielleicht Sonntag nochmal. Ansonsten sobald das Spiel draussen ist. Ja, der Zettel auf jeden Fall aufstehen. Ja, deswegen reisse ich ihn hier ab. Da. Und dann, Scharke wird jetzt wahrscheinlich gleich anfangen zu streamen. Aber ist noch nicht online. Ja, haltet das im Auge. Wir sehen uns dann wieder. Ciao. Guten Abend noch.